David, am 16. Junge bist du hier. Jesus darfst du nicht. Wurdest du überredet oder bist du freiwillig? Glaubst du an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist? Glaubst du, dass Jesus Christus Mensch wurde, um für deine Hünfte am Kreuz von Dolgertag zu sterben und am dritten Tag wieder aufgestanden ist? Amen. Auf deinem Weg kennst du dich. Glaubst du auf die Gabe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, auf den Namen Jesu Christi, in den Tod und die Auferstehung? Boah, sehr herzend. Amen. Wui, Amen. Marvina, aus welchen Gründen bist du hier? Weil ich Jesus will. Bist du freiwillig hier oder wolltest du überredet? Ich bin freiwillig. Glaubst du an den Vater, an den Sohn und den Heiligen Geist? Amen. Glaubst du, dass Jesus Christus Mensch wurde, um für deine Hünfte zu sterben und am dritten Tag wieder aufgestanden ist? Amen. Amen. Auf dein Bekenntnisse. Glaubst du dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, auf den Namen Jesu Christi, in seinem Tod und die Auferstehung? Boah. Wow. Wow. Aleluia. Aleluia. Wow. Wow. Wow.